Das Kombi-Wandsystem WEK 100 bietet die automatisierte Fertigung kompletter Elemente mit nur einem Bediener. Es ist nur unwesentlich größer als ein Arbeitstisch und ermöglicht Regelwerkserstellung und Beplankung der Elemente auf einer Arbeitsstation. Automatisches Positionieren der Stiele und vollautomatisches rechtwinkliges Ausrichten sowie hochpräzises und punktgenaues Spannen des Riegelwerks sorgen für eine konstante hohe Qualität. Das mitfahrende Anschlagsystem macht dabei den Einsatz auf kleinstem Raum möglich und das flexibel positionierbare Bedienpult der WEK 100 sorgt für optimale Bedienbarkeit. Zum Verbinden des Riegelwerks werden zwei BEA Autotec Streifennagler für Rundkopfnägel bis 160 mm eingesetzt. Die Gurte und Stiele werden gespannt, Stiele automatisch positioniert und das Riegelwerk mit den BEA Autotec Streifennaglern gleichmäßig und präzise abgenagelt. Die Anlage verfügt über CNC-Achsen für kundenspezifische Nagelbilder. Auf der Weinmannbrücke WEK 100 sind zwei Aufnahmen für Befestigungsmittelgeräte vorhanden sowie eine weitere für Bearbeitungsmaschinen, zum Beispiel einer Fräseinheit. Eingesetzt sind hier das BEA Autotec Klammergerät mit Wechselkassette für Heftklammern der Type 16 sowie ein BEA Autotec Großkeulgerät für Rundkopfnägel von 45 bis 70 mm. Die CNC-gesteuerte Multifunktionsbrücke fährt vollautomatisch über das Element, um die Plattenlage auf dem Riegelwerk zu befestigen und weiter zu bearbeiten. Mit dem BEA Klammergerät sind bis zu 10 Schuss pro Sekunde möglich. Die Latten werden auf der Beplankung mithilfe des BEA Autotec Großkeulnaglers für drahtmagazinierte Rundkopfnägel befestigt. Das Gerät kann Nägel in den Längen von 45 bis 70 mm verarbeiten. Je nach Nageldurchmesser fasst das Magazin bis zu 1000 Nägel. Das WEK 100 Kombi-Wandsystem, die BEA Autotec Geräte und die BEA Befestigungsmittel sorgen für optimale Wirtschaftlichkeit, geringe Nachladezeiten und individuelle Einsatzmöglichkeiten. Die langjährige professionelle Zusammenarbeit der Firma Weinmann Holzbausystem GmbH und der Johann Friedrich Behrens AG bietet höchste Qualität, perfekt aufeinander zugeschnittene Lösungen, erstklassigen Service und Support und ein optimales Preis-Leistungsverhältnis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017